hallo leute willkommen in session bass kanal in framfurter main heute mal wieder eine ganz andere funktion natürlich wie immer mit peter und marco am start und heute gehen es mal tatsächlich mal um die zweite ja um das zweite große problem bei instrumenten und zwar geht es heute tatsächlich mal um lose teile unser kleiner ratgeber in sachen bass also marcos bass life hacks oder sowas wie man das nennen könnte ja ich zeige euch einfach mal was mit was wir eigentlich jeden tag hier zu tun haben ganz einfach also wir sind jetzt irgendwie zu zweit beziehungsweise momentan sind wir tatsächlich zu dritt in der bassabteilung und viele von euch kennen hier meinen arbeitsplatz und wissen dass hier sich viel viel werkzeug und kram umtümmelt jetzt ist es natürlich so ihr müsst natürlich kein ausgebildeter gitarrenbauer oder sagen wir mal gitarrentechniker sein um solche kleinigkeiten selber mal vorzunehmen oder solche problemen tatsächlich erst mal überhaupt nicht aufkommen zu lassen sondern wenn ihr ein bisschen werkzeug zu hause habt das bedeutet vielleicht zwei drei kleine schraubenzieher oder vielleicht zwei drei kleine schüssel eine zange und so weiter könnt ihr das wirklich alles zu hause machen es ist wirklich wie ich immer sage keine raketentechnik sondern man kann das alles selber machen jetzt ist es natürlich so woran unterscheiden sich sagen wir mal teure instrumente und günstige instrumente natürlich muss man schauen was sind günstige instrumente was sind teure instrumente die materialien ganz klein aller erster linie will ich gar nicht mal vom sound der irgendwie da an die sache angehen sondern tatsächlich die materialien weiche hölzer in weichen hölzern hält zum beispiel so eine schraube vielleicht nicht ganz so gut wie in etwas härteren holz blechteile metallteile sagen wir mal aus eine fernlösische fertigung oder vielleicht aus einer amerikanischen fertigung oder vielleicht aus einer deutschen fertigung da gibt es tatsächlich unterschiedliche materialen das bedeutet nicht in ihrer wertigkeit sondern vielleicht eher so um ihre haltbarkeit ja viele gute alte bässe gibt es schon ja die funktionieren schon seit ewig ja ich habe ja selber alte bässe aus den 60ern aus den 70ern an denen muss ich eigentlich nie groß rumschrauben interessanterweise sind da tolle buchsen drauf tolle knöpfe sehr schöne potte ist und so weiter aber das kostet ja irgendwie geld natürlich wird bei günstigen instrumentieren da ein bisschen gespart logisch aber nichtsdestotrotz kann man wirklich hier und da einiges selber machen und man spart sich tatsächlich den weg hierher denn das zweitgrößte problem oder die der zweitgrößte die zweitgrößte sache die bei uns immer wird ist halt ja bei mir ist das und das locker geworden dann sag ich immer von alleine ja von alleine leute das kann natürlich nicht sein es sei denn ihr habt ihr irgendwie telekinetische kräfte ihr guckt den potty an und plötzlich kann nicht sein das bedeutet irgendwie geschieht das natürlich im gebrauch ganz normalen täglichen begraubt gebrauch man spielt und man merkt hier immer mal das ist hier alles locker tatsächlich kann man das alles selber richten ich habe hier einfach mal ein square precision pass genommen produktplatzierung wie man das hier so nennt und daran zeige ich euch einfach mal was oder mit was wir uns sagen wir öfters hier beschäftigen das heißt hier kommt den laden sagt hier das sind die teile locker kannst wieder helfen zeigt kein problem zu diesem zweck habe ich bereits hier alle schrauben abgeschraubt wenn ihr zu hause seid nehmt einfach eine kleine tasse oder eine kleine und kleinen teller oder sowas und legt euch eure schrauben immer da rein wo sie wieder findet ihr könnt natürlich die reihenfolge der schraube auch irgendwie halt den festlegen wenn ihr wollt wenn ihr so beliebt seit ansonsten sind es die pickguard schrauben eigentlich alle identisch und man kann sie ganz normal rausschrauben die habe ich schon raus geschraubt die letzte ganz einfach mit der hand ich lege meistens hier nochmal die finger dazwischen oder führe einfach mit der hand einfach den schrauben hier so dass wenn ich ausrutschen würde ich nicht aus versehen oder noch schlimmer machen würde letzte schraube kommt hier rein und dann habt ihr schon das pickguard beziehungsweise das schlagbrett in der hand und hier seht ihr dann schon die buchse ist hier abgegangen auch hier ganz klar von alleine passiert das nicht aber wie gesagt man kann da einfach helfen die pottis hier schaut mal die sind auch locker auch das kann man selber alles machen wenn ihr das nicht rechtzeitig festschraubt gibt es natürlich noch größere probleme die kabel der buchsen werden abgerissen weil man steckt immer ein kabel rein so hier und dann zieht das kabel natürlich permanent an der losen buchse das lockert irgendwann mal die kabel beziehungsweise man reißt sie tatsächlich dadurch ab genau dasselbe passiert hier mit dem pottis also mit den reglern man dreht und dreht und dreht und die pottis drehen sich in irgendwelchen richtungen also bedeutet so oder so und dann wird da einfach mal aus versehen ein kabel abgezogen oder abgerissen das hat natürlich zu folge dass der pass in dem moment auch nicht mehr funktioniert klar wenn ihr das gemacht habt dann tut euch selber man gefallen ihr seht unter dem schlafbrett es ist viel staubt nehmt so ein lappen nehmt mal so schön lappe hier gelb immer so schön sagt und geht einfach mal drüber damit sozusagen diese ganze staub einfach entfernt wird das ist erst dann habt ihr das schon mal erledigt man nimmt mikrofasertuch von mir aus auch ein altes küchenlandtuch altes t-shirt in weiß irgendwas keine ahnung einfach mal abzuwischen wie gesagt man muss kein werkzeugbauer sein oder man muss kein werkzeugmacher sein man muss auch kein gelernter techniker sein um sowas zu machen so wir haben hier die buchse und die buchse hier das zeige ich einfach mal was da seht ihr schon kein kontakt das bedeutet steckt die buchse rein und die buchse hat hier keinerlei kontakt das ist die zunge wo normalerweise der tipp also die spitze vom stecker drauf geht und das muss immer kontakt haben günstige buchsen aus fernost sowie diese hier zum beispiel tendieren gerne mal dazu sich auszuladen ich empfehle euch tatsächlich wenn ihr den bus liebt vielleicht die und da mal ein euro einzustecken und tatsächlich mal die buchsen zu tauschen das können wir auch im laden waren ich empfehle euch eine switchcraft buchse die switchcraft buchsen sind einfach die besten die halten ewig also in den alten besten fänder und so weiter so weiter sind überall switchcraft buchsen wenn ihr nicht eine normale buchse habt gibt es halt eben auch diese rohrbuchse wie zum beispiel bei ebanes bässen oder jamaa bässen aktive instrumente dann empfehle ich euch die von göldo oder auch natürlich auch die von switchcraft so diese hier ist natürlich so weit ausgeleiert dass ich kein kontakt habe das bedeutet das wäre schon mal ein grund zu sagen mein bus geht nicht in der regel gucke ich mir das als allererstes an und dann mache ich tatsächlich folgendes ich nehme die buchse in der hand und biege das einfach ein klein wenig nach innen ja mit nicht so viel kraft also wisst ja einfach nur rein und dann nehme ich den stecker und schaue dass es sie wieder kontakt hat wenn es allzu leicht geht kann es sein dass es vielleicht nicht stark genug ist der kontakt das würdet ihr merken indem ihr beim spielen tatsächlich und da aussetzt haben also schaue ich also noch ein bisschen mehr rein biege sowie jetzt und schon hat die buchse wieder richtig kontakt und wenn man die buchse so dreht sieht man die buchse hat permanent kontakt das wäre teil 1 der ganzen geschichte oft passiert es dass die mutter also quasi die überwurf mutter und die unterlegscheibe hier oben einfach abfallen wenn ihr die verliert das ist doof so weit sollte es vielleicht nicht kommen lassen wenn es ihr habt dann bitte einfach mal hier rein tun und einfach mitbringen oder nachdem ihr dieses video euch angeschaut habt es selber machen buchse wieder einsetzen ganz einfach so schauen dass die richtung der kabel so verläuft denn wenn ihr das so dreht erzeugt ihr so ein winkel beziehungsweise eine ecke und dann muss halt das kabel rum und das sind wie doof also hier so einfach in diese richtung so wie sie letztendlich auch drin war wieder einsetzen hier festhalten dann nehmen wir tatsächlich die alte unterlegscheibe die solltet ihr immer drauf machen damit wird die kraft der überwurf mutter ein bisschen gesteigert bisschen wenn man dann einfach festziehen und bei der gelegenheit unten die buchse mit einer hand festhalten jetzt brauchen wir natürlich ein wenig werkzeug dazu in dem fall ist es ein zwölfer schlüssel ich schalte die buchse fest unten und schraube sie zu wenn ihr die buchse unten nicht festhalten würde dann würde sich die buchse natürlich mit drehen und in dem moment wo sie mit tritt würde tier möglicherweise ein kabel abreißen deshalb die buchse einfach schön festhalten und einfach festziehen also nicht so richtig anwachsen wie man schön in frankfurt der sache in frankfurt bereich sagt sondern einfach nur festmachen so die ist jetzt fest und ihr seht die kabel verlaufen in diese richtung so wie sie halt ihn brauchen jetzt wollte natürlich nicht jede woche vorbeikommen oder wollten ihr wollt natürlich auch nicht dass es permanent losgeht dann empfehle ich euch folgendes klaren nagellack ja am besten bei mutter oder bei der schwester oder bei der ehefrau einfach mal einfach mal in den in den schminkstank reingehen und den klaren nagellack einfach mal da entwenden abziehen dann tatsächlich einfach folgendes machen hier am rand einfach ein wenig nagellack auf tragen sowie hier was passiert hier der klare nagellack der setzt sich einfach in den oberen gewinde weg und dadurch wird einfach die schraube fixiert es gibt natürlich auch schraubenlack natürlich gibt es sowas aber ich benutze nagellack weil das funktioniert schon seit jeher wunderbar was passiert als nächstes das nächste sind normalerweise lose pottis hier solche sachen lose pottis sind natürlich auch doof ist ganz klar lose pottis das macht keinen spaß denn bei losen pottis geht natürlich auch die gefahr ein dass sich das hier löst und die kabel abgerobt werden dafür lege ich einfach mal das wieder drauf diese pottis von der firma squire haben eine schraube die mache ich tatsächlich auf und lege einfach mal knöpfen einfach hier tatsächlich einfach da rein und schau mir einfach mal das potty an das potty ist jetzt einfach lose auch hier sind überwurf muttern drauf und unterlegscheiben auch diese lösen sich auch mal gern ist ja klar bedenkt doch mal bitte wenn ihr permanent daran schraubt ja oder dran dreht da wird kraft übertragen und das kann sich einfach hier und da mal lösen das kann aber natürlich auch bei teurem instrument passieren wie gesagt ab und zu mal sollte man sich mit seinem instrument befassen und zwar nicht nur spielerisch sondern auch mal von der technischen seite tut nicht weh und kann ein oder oder das eine oder andere mal beim gig vielleicht ganz behilflich sein ich schaue mir einfach mal an die knöpfe sind hier so fest und dann nehme ich mir einfach mal ein schlüssel den fall ist es glaube ich sogar ein elfer marco du bist so gut hier einmal elfer schlüssel ich schalte das potty unten fest und schraube es genauso wieder fest an einfach fest waren schau das unten natürlich dass ich nicht bewegt und ich möchte auch nicht dass ich irgendwelche drähte da lösen das ist jetzt fest man guckt schon von mark kabelverlauf sieht ordentlicher aus super dann macht dasselbe mit dem mit der hand erstmal festziehen damit man weiß ab da geht es los und dann nehme ich wieder meinen schlüssel und mache das fest so weil es jetzt wieder fest ich schaue gerade ja dreht sich alles wunderbar bei manchen portis ist tatsächlich so wenig die zu fest anzieht dreht sich die achse nicht mehr so stark nicht nur so gut das bedeutet schaut dass wir den mittelweg findet zwischen fest und nicht richtig angewatzt hier kabelverlauf ist super dann mache ich folgendes ich lege die ganzen kabel ordentlich wieder nach unten so dass hier nichts übersteht schaut dass das schlagbrett natürlich wieder nach unten verschwindet hier einfach unter die seiten liegt es drauf und wann zu machen gebe ich ein auge drauf und gucke dass die kabel in diese öffnung verstehen verschwinden so wie jetzt es ist wieder fest bevor hier das alles wieder zuschraubt macht folgendes nimmt eine schraube einmal einmal eine schraube in die ecke hier festmachen und einmal eine schraube hier auf diese seite äußere seite und hier festmachen so ist das schlagbrett erstmal provisorisch fixiert und ihr habt die hände frei um weiter zu arbeiten beziehungsweise wenn ihr das testen wollt da habt ihr einfach ganz einfach hier die möglichkeit euren emmann zu schließen kabel rein gucken geht alles wieder und wenn ihr sicher zeigt dass alles funktioniert dann dreht ihr den bass um mit eingeschlossenen kabel und dann wackelt ihr so ein bisschen das vielleicht ein ton einfach mal stehen und dann wackelt ein bisschen dann seht ihr aha jetzt hat die buchse kontakt bei belastung auch bisschen rum wackeln dann seht ihr in dem moment aha jetzt funktioniert das wieder wenn ihr das habt könnte natürlich auch hier wirklich mit viel vorsicht auch ein klein tropfen nagellack wieder auf die gewindegänge drauf machen dabei solltet ihr aber nicht in den schaft und zwar hier den schaft den nagellack rankommen lassen also ein bisschen vorsichtig einfach so einen kleinen tropfen von der seite einfach drauf machen und das ist es mehr ist es wirklich nicht das reicht zwischen 10 15 minuten braucht der nagellack und zu trocknen wenn ihr das beschleunigen wollt bisschen pusten wie man es halt dem bei fingernägel so macht fragt mich nicht wo ich das weiß ich habe eine ehefrau und ich habe eine tochter ganz einfach das ist so dann kommen die knöpfe wieder drauf und dann ist tatsächlich ganz so die meisten instrumenten bauer machen ihre knöpfe so so ein bisschen willkürlich darauf ich habe mir daran gewöhnt tatsächlich die knöpfe so einzusetzen dass die schraube zu mir nach oben schaut wenn die schraube zu mir nach oben schaut dann weiß ich dieser knopf ist vollkommen aufgedreht also hier ist voller durchgang ich setze den knopf wieder an halte den fest schraube das rein ganz einfach gucke dass hier das fest genug ist und wenn ich hier das aufdrehen also voll aufgetraubt dann habe ich tatsächlich das hier bei mir auf meiner seite und weiß ich dieser knopf ist vollkommen aufgedreht das war fürs erste zweite knopf drauf gucken dass der potty auf anschlag ist genau dasselbe habe ich dann hier so zur sicherheit drehe ich noch mal kurz um und schaut dass ich wirklich das richtig schön fest schraube das hier fest und ihr wackelt auch nichts mehr auch hier geben schon mal kurz nach wenn ihr wollt dass sich diese knöpfe nicht mehr lösen könntet ihr natürlich auf der schraube auch einen kleinen tropfen drauf machen wobei das ist in der regel nicht unbedingt nötig weil die knöpfe wirklich dann fest sitzen so das war erst mal diese geschichte das ist wie gesagt tatsächlich das zweitgrößte problem mit dem wir hier jeden tag tatsächlich konfrontiert werden das nächste problem ist lose pickups ja also die lösen sich ich sagte ja im eingangsbereich das kann tatsächlich bei günstigen instrumenten passieren dann einfach wieder festschrauben ja schrauben sie hier festsetzen runter drunter schrauben auch hier wenn ich sehe dass die schrauben los sind einfach anschrauben der precision ton abnehmer das sollte in der regel so ein wenig die krümmung des haltes nachempfinden das bedeutet immer so einstellen nicht so auch nicht unbedingt gerade sondern so leicht gebogen dass sie quasi die krümmung des hals ist quasi nachempfindet was ist denn jetzt die richtige ton abnehmer höhe das hängt tatsächlich sehr stark von eurem spiel ab also wenn ihr jemand seit der vielleicht nicht so rein haut dann könnt ihr tatsächlich die ton abnehmer etwas näher die seiten dran bringen wenn ihr jemand seit der physisch ordentlich spielt ja dann die ton abnehmer etwas weiter runter drehen ich mache es in der regel so ich nehme ein kreuzschraubenzieher klein das ist mein 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 auch mein messgerät sozusagen hier ich führe den einfach hier durch wenn der genau durch geht auf diese seite und auf dieser seite dann ist die höhe für mich genau eingestellt während wenn ich hier geht und nur die spitze drauf geht dann ist das hier für mich auch genau eingestellt das ist ein erfahrungswert der funktioniert schon immer wenn ihr zum beispiel tatsächlich wirklich mehr rein haut oder vielleicht sehr oft mit dem plektrum spielen muss dann würde ich das ganze ein wenig tiefer schauen so problem nummer drei die lockeren gut knöpfe ich nehme jetzt ein akkuschrauber damit es ein bisschen schneller geht sonst pentia vielleicht ein hier das ist oft ein problem kunden kommt vorbei total ausgeleitet gut knöpfe das heißt ja auch da sollte man ein bisschen aufpassen klar dass das natürlich auch mal daneben gehen kann es kann auch sein dass hier natürlich das ganze ding raus robbt und euch fällt der bass rund auf dem boden das wäre nicht gut tatsächlich nicht ja ich hole gerade mal was viele machen in solchen kleinen löchern entweder ein stückchen holz furnier ich benutze tatsächlich eher kabelbinder und zwar dünne kabelbinder das stecke ich den kabelbinder hier so rein schneidet ihn wirklich auf plan ab auf die genau die höhe und dann setze ich noch mal ein stück rein und schneide es ab dann drücke ich das hier mit den finger rein so dass ich wie gesagt quasi eine plane fläche habe und hier wird natürlich fragen warum den kabelbinder und warum nicht furnier oder holz oder sagen wir mal zahnstocher zahnstocher oder furnier das ist klar kann man machen ja aber dann würde ich empfehlen tatsächlich noch längere schrauben zu nehmen aber ein kabelbinder funktioniert in dem moment tatsächlich so ein bisschen wie ein plastikdübel die meine wand reinhaut das ist beim reinschrauben dient sich das aus dass es steht jetzt ist dient sich aus ganz einfach beim reinschrauben wie ein plastikdübel zieht sich zusammen und umhüllt quasi die schraube als dass die gewinde gänge und das loch und das ist tatsächlich sehr sehr solide in der regel hält das vom mäßig so habe ich das hier mal gemacht das nehme ich mal vielleicht den schrauben genau den schrauben ziehe und schraube das tatsächlich dann quasi mit der hand zu und das sollte normalerweise wirklich halten also es hält wirklich richtig fest in der regel ja wenn ihr keine kabelbinde habt ja leute das sage ich einfach kauft für schwelchen ganz einfach dünn müssen sie sein ja und diese werden einfach dann reingesteckt das ist alles ja das ware das war so die geschichte mit den losen teilen fertig wenn ihr fertig seid und merkt es ist alles wieder fest alles wieder robust erst dann nehmt ihr die einzelnen schrauben und schraubt sie einfach wieder zu und dann probiert das ganze und dann seid ihr schon mit der kleine hausarbeit in sachen gitarren und basstechnik schon fertig das war wie gesagt das ist einfach nur eine kleine anleitung um es vielleicht selber zu machen oder möglicherweise um ja vielleicht 120 kilometer fahrzeit zu ersparen leute zum nächsten thema